Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Das ist der Till. Till kennen wir ja mittlerweile aus ganz vielen Teilnahmen bei Shoki Banoki und ich bin der Sashi. Und wir reden heute über den 26. Oktober und am 26. Oktober haben wir wieder ein berühmtes Geburtstagskind. Das ist Bob Hoskins. Kennst du? Der muss unheimlich berühmt sein. Sag mir mehr. Der hat, äh, kennst du Roger Rabbit? Kennst du den Film? Ja. Ja, und da spielt er den Detektiven. Ach, der. Der mit dem Hasen. Der ist aber schon tot, glaube ich, ne? Bob Hoskins ist, ja, gestorben, genau. Mensch, du hast du. Der ist am 26. Oktober 1942 geboren und starb am 29. April 2014. Respekt und Anerkennung, Till. Ja. Dass du nicht alles weißt. Manchmal. Ja. Aber am 26. Oktober haben wir ja noch eine Information, die du raushaust. Wir haben heute Nationalfeiertag in Österreich. Ja. Und zwar, das war bis 1967 der Tag der österreichischen Fahne. Ja. Also nicht Fahne, sondern Fahne. Haben die überhaupt eine Fahne? Ja. Die Österreicher haben doch eine Fahne. Das ist doch, äh, rot-weiß-rot. Mit dem Adler in der Mitte. Ja, ja. Weiß man doch. Ja, klar. Ja. Ähm, das war wieder Daily. Morgen haben wir wieder ganz viele andere Informationen, äh, über den, was wissen wir noch? Ach so, ja, morgen ist ja 27. Entschuldigung. Ist ja 27. Manchmal ist man wie blöd, ne? Kennst du das? Bestimmt. Manchmal, ja. Ja, morgen am 27. sehen wir uns wieder mit ganz vielen Informationen über den Tag. Und bis dahin sage ich Tschirio, Miss Sophie. Ciao.